Der Weg dazu Wenn wir gute Ware hätten. Nur so kann man heute noch ein Geschäft machen. Aber es ist herter geworden, viel herter! Meine Kinder, wenn sie zur Schule kommen oder irgendwohin gehen, können sie sagen, dass mein Vater nicht so einfach arbeitslos ist. Ich muss sagen, ich komme mit dieser Rolle gut zurecht. Einerseits Eigentümer zu sein, andererseits auch Knecht. Ich liebe die Süße zu ihr. Ich liebe die Süße zu ihr.